Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Dust Analyse im Tale und in der letzten Folge ist der Vater von Popop gestorben. Oh Moment, ja. Falls ihr euch jetzt fragt, warum dieser Dialog erneut kommt, ich musste nochmal nachspielen. Ich musste nochmal die Herren besiegen. Denn das hat nicht gespeichert. Ich dachte nämlich nach so viel Dialog und allem würde das automatisch speichern, aber das hat es nicht getan, deswegen musste ich das nachspielen. So, und wir gehen jetzt einfach mal nach oben. Warte mal, wie viele Schafe haben wir? Vier. Gut, das reicht noch nicht. Aber wir gehen einfach mal nach oben. Und ich habe mich dann hier vorhin echt durchgeschnetzelt, bin an jedem Gegner, also gar nicht durchgeschnetzelt. Bin vorhin einfach an jedem Gegner einfach vorbeigelaufen, ja. Jetzt bin ich runtergefallen. Oh, endlich wieder draußen. Bam, 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 bam. Und ich glaube, wir sind bald am Ende vom Spiel. Also, nein, nicht nochmal runter. Geil! Also, ich glaube, wir haben das Spiel bald hinter uns gelassen. Zum Beispiel auch hier sehen wir wieder... Ja, ja. General Gaius, hast du mich gefragt? Ich wusste es. Dein Report, Commander. Was News bringst du? Böde! Da, 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 da. Ich muss mich mal ein bisschen erledigen. Oh, okay. Ja, was soll das heißen? Ja, ja, wir sind also Cassius. Also gut, wie ich mir gedacht habe, wir sind in Wirklichkeit total das Arschloch und... Ja. Seit wann hast du ein Gewissen, mein Freund? Das sieht dir gar nicht ähnlich. Ja, wir sind... Wir waren ein gewissenloser Bastard. Ne, wir gehen erst ins Dorf Aurora und bringen Ridos oder... Ja, doch, Ridos. Ähm, ne, Reed heißt er etwa und bringen Reed seine Kiste. Die haben wir bei einem Tauschhandel mit einer Fidget-Puppe bekommen. Und wir können, glaube ich, hier uns mal ein bisschen was zu essen und zu kaufen. Weil wir haben gar nichts mehr. Nein, 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 nein. Äh, hier, das ist gut. Wie viel Geld haben wir? 10.000. Nehmen wir uns davon mal 5 mit. Aber mal Kakao auch ein paar. 5 auch am besten. Einfach einfach, weil wir haben echt nichts zu essen. Das bringt 180 Gesundheit. Uhu. Weißt du, wir haben ja das Geld, ne? Na, noch ein paar... Ne, obwohl... Ein bisschen Sushi noch, so 2. So. Jetzt haben wir ganz viel Geld verloren. Und jetzt können wir uns nämlich gerade ein bisschen heilen schon mal damit. Warte mal, wie viel fehlt denn jetzt noch? Ne, ne, okay. Okay, habe ich irgendwas, was ein bisschen nur gibt? Hier nehmen wir das. So. Jetzt sind wir nämlich wieder voll und alles ist gut. So. Boah, ich muss mit dem Mikrofon irgendwie... Irgendwie ist mein Mikrofon heute... Hat, glaube ich, ein links-rechts-Problem. Hier ist der liebe Reed. Ja, ja. Mein Gott. Oh Gott. Witz. Alter. Oh Gott. Oh Gott. Meine Güte. Was hat der Typ für ein Problem? Ja, komm. Ich denke wirklich, es ist Zeit, dass du in die Seite gehst und du ein bisschen schlafen hast. Ich denke... Warte. Was ist passiert mit mir? Ist da etwas... etwas falsch mit mir? Oh Gott, wie viel wir den verarschen. Was war das? Was ist passiert? Ich fühle... Ich fühle... weich. Wie viel das Leben lang aus meinem Körper verarschen. Alter, wir verarschen den bestimmt. Ich habe bereits angefangen. Oh, warum hast du die Box öffnen? Ja, 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 komm, weiter. Was ist das? Look, let's not dwell on the whole who opened the box thing. The box was open. Das ist in der Zeit. We can't change that. We should be focusing on the future. And you know, was about me. Sir? The presence inside this box. It latches into your soul. It tries to take over your mind. The only way to stop it is to break the barrier between body and soul. Oh Gott. In other words, Dust, you will need to kill yourself. Reed! Oh, geil. It really is the only way, Dust. You mustn't take too long. Or... Or you could end up like me. Oh mein Gott, wir müssen uns sofort umbringen. I'm happy to be a part of it. Oh, böse. Böse. Bööse. Oh, ich habe gedacht, wir verarschen den. Schade. Travel outside the village, pick a fight with some monsters, and lose. If you do it in time, the presence, latched onto your soul, will be shaken loose and return to the box, and you will return back to your normal self. That is, assuming you do it in time. Okay. Dust, you can't seriously be considerate. Fidget, I don't have time to argue. I can feel it draining my life away. We need to get out of the village. Alter. Mein Gott, da habe ich mir gerade ganz viel Lebenszeug zu kaufen. Jetzt wollt ihr mich echt noch so verarschen. WTF? Was soll das? Oh, fuck. Warte, kann ich hier jetzt echt hier nicht raus? Ah, doch. Okay, dann war immer nur da versehentlich gerade das Lebensding so. Okay, ich glaube, ich sollte laufen. Junge! Hä? Ah, nee. Ah, okay, wenn ich irgendeinen Skill verwende, dann geht's ein bisschen fett ab. Ja, 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 ja. Komm, lauf, 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 lauf. Jäger, lauf, mein lieber Jäger. Guter Jäger, lauf, lauf, lauf. Mein lieber Jäger, lauf. Mein lieber Jäger, lauf. Lauf, Jäger, lauf, Jäger, lauf, lauf, lauf. Mein lieber Jäger, guter Jäger, lauf, lauf, lauf. Mein lieber Jäger, lauf. Hier waren viele Monster, ne? Mein lieber Jäger, lauf. Mein lieber Jäger. Ja, komm, tötet mich doch. Bisschen zackig, wenn's geht. Oh, Gott, sind die schwach. Hä? Da ist jetzt echt einer von denen gestorben, weil die sich gegenseitig getötet haben. Ich glaub, da ist es nicht. Kommt schon. Alter, die töten sich gegenseitig. Wie behindert sind die? Von wegen, ich würd deine Kinder wegficken, du Sau. Die sind einfach zu behindert, mich zu töten. Danke. Kann jetzt bitte der eine mich töten? Das wär sehr lieb. Guck mal, ich steh sogar auf den Kaffeln hier von hier an. Der ist verzoldert. Boah, für so einen behinderten Schass hab ich keine Zeit. Was, was? Verpiss dich. Ich bin jetzt weg. Das ist doch bestimmt noch irgendwelche intelligenten Monster. Dankeschön. So, so musst du's machen. Die ganze Zeit einfach. Greif mich einfach an. Der ist mir zu behindert. Danke. Hertha. Oh, gib's mir an. Greif mich doch an. Der, ist das Monster? Der will mich doch verarschen. Oh, was soll dat? Greif an. Komm schon. Ja. Noch ein bisschen. Ja, komm. Gib mir deinen Powerschlag. Bist du behindert? Boah, mein Gott. Und ich frag mich echt. Das ist doch unglaublich. Junge. Einschlag. Oh, wie behindert kann man sein? Alter, greif mich an. Greif mich. Dankeschön, du dummes, fettes Ding. Gott. Gott, wirklich. Dieses blöde Mal. Ich die ganze Zeit töte ich das. Ich greife es an. Also, das Ding war doch... Äh, nee, eigentlich war der Greif mich ganz... Ah, wie behindert war dieses Ding? Gosh! Das hat voll viel Zeit gekostet jetzt. Na, ach genau, wie geht's dir eigentlich so? Ja, gut. Dir geht's immer noch geil. Äh, nein, 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 nein. Hä, war der nicht? Ah, der ist hier. Du bist richtig, Reed. Somehow, das Killing-Blow managed to shake the presence free. Mhm. I'm back to my normal self again. Mhm. I'm glad, that's the case. Anyway, I was planning on using this revival stone on you, if my plan didn't work. But it should still serve as an adequate reward. Ich hätte diesen Stand hier wieder Bogart eingesetzt, wenn mein Plan nicht funktionierte. Nur sollte er eine hübsche Belohnung darstellen. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, Alter, ich hab keinen Mock. Dies Verrückten, geh mir auf den Sack. So, jetzt gehen wir mal der Story weiter nach. Mhm, 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 mhm. Irgendwie ruckelt's heute. Oder mein ich das jetzt nur? Ja, ruckelt gar nicht, überhaupt nicht. Kein Stück. Die Sorgenwiese. Kapitel 3. Liebe. Das war vorhin auch schon so, dass das Bild irgendwie komisch geteilt ist. Naja. Liebe? Ah, mit der, ähm, Ginger. Verstehe. Sollte das da rot sein? Wer bist du? Ach, das bist du, du Verzeih. Oh, ich glaube nicht. Dust? Dust, ist das du, Mann? Ja, ja. Guston? Oh, was machst du hier? Ja, komm, sag mal. Ne? Oh, ich gehe die Kalle von Grand Adventure. Oh, Gott. Ja, ja, ja. Du, alte Sau. Ja, das wüsste ich jetzt auch gerne. Oh, ich gehe die Kalle. Ja, ich gehe die Kalle. Ja, ich gehe die Kalle. Als sie in die Meadow, diese verrückte Magik-Barriere kam. Das ist das Wichtigste. Das ist das Wichtigste. Oh, ja. Das ist das Wichtigste. Das ist das Wichtigste. Das ist das Wichtigste, dann. Du sagst, Korra, einfach in die Meadow? Ja, das ist das Wichtigste. Ich kann besser warten als jeder andere. Ja, geduldig. Geduld ist eine Tugend.